Vor knapp zwei Jahren, 2020 und Apple macht eine Ankündigung. Neue iPhones kommen ohne Netzteil in der Verpackung. Der Grund dafür sei die Umwelt, weil man jetzt die Verpackung in Dünner machen kann und mehr iPhones auf einmal transportiert werden. Und irgendein Netzteil hat ja wohl sowieso jeder zu Hause. Das Ding ist, das ist so die halbe Wahrheit. Ja, die meisten von uns haben Netzteile, aber mit USB-A-Anschluss. Wer das mitgelieferte Kabel nutzen möchte, der braucht aber USB-C und das muss dann einzeln dazu gekauft werden. Laut Experten spart Apple durch das Weglassen vom Netzteil ungefähr 32 Euro pro iPhone. Bei so ungefähr 190 Millionen verkauften iPhones seitdem hat die Marke so ungefähr 6 Milliarden Euro mehr eingenommen. So ähnlich sollte das auch bei anderen Herstellern sein. Immer mehr Handys kommen ohne Netzteil. Man muss Apple aber eine Sache lassen. Das iPhone 13 Pro kostet UVP das gleiche wie damals das iPhone 11 Pro. Hat aber doppelt so viel Speicher, 5G-Support, neue Technik im Inneren und so weiter. Und die Inflation gibt's ja übrigens auch noch.